Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rubrik von, äh, nein, Let's Battle Hava was ist Nico von mir und Hava. So, und heute zockt mir ein Game namens Pika Volleyball. Was ihr hier nicht lesen könnt, weil es auf Japanisch ist. Ja, aber da steht Pika Volleyball. Ja, und das werden wir 1 vs. 1 betteln. Ja. Genau, und zwar sind wir beide, warte, ich starte mal. Ein Pikachu. Ist das wir? Nein, das sind nicht wir, das ist die Vorschau. Ja, okay, dann müssen wir das jetzt nochmal laden lassen. Ich glaube, ich muss hier bestätigen. Ah ja, okay. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich was mache. Also was hier, ja, okay. Ja, und zwar sind hier beide Pikachus und, oh Gott. Und wir müssen gegeneinander mit einem Pokéball kämpfen. Ja. Ja, wir verkacken es auch. Und hier kann ich schmettern. Und ich aber auch. Und hechten kann man hier auch. Ah. Bam. Ja, ich glaube, das Spiel geht bis 10, oder? Ja, das Spiel geht bis 10. Man kann das einstellen. Ich glaube, du hast 10 eingestellt. Und bisher bin ich ziemlich am Verlieren. Oh. Oh, das war Fail von dir. Ja, war's. Uhhh. Alter, wie geil. Ja, da kann man noch keine Punkte machen. Ah, doch, jetzt. Warum hechtest du weg? Weißt, äh, ich... Ja, ich weiß. Ich zog auf den ganz normalen Feldtasten hin. Ja, das Spiel hier auf F, L und Z. Ja, das war... Ja, das war ein eindeutiger Sieg für Ava. Okay, ja. Bis zum nächsten Mal.